Hallo alle miteinander, heute zeige ich euch ein ganz besonderes Gericht. Ich mag es so gerne, weil es so einfach ist und auch so vielseitig. Und zwar geht es um die Quiche. Zeige ich euch einmal die klassische Variante mit Schinken und Feta, dann natürlich eine vegetarische und mit Räucherlachs. Beginnen dann mit der klassischen Variante. Jetzt gehen wir zum Vegetarischen. Jetzt kommt unsere Fischvariante. Am besten schmeckt mir immer der Räucherlachs. Damit wir unsere Füllung in eine Bindung kriegen, machen wir noch eine Sauce Royale. Eine Sauce Royale geht ganz einfach. Da braucht ihr nur Schlagobers, Eier, Salz, Pfeffer und Muska. Unsere Muffinform habe ich jetzt ausgebuttert und ausgemiliert. Jetzt legen wir in den Blätterteig noch einen und dann füllen wir das Ganze. Jetzt kommen wir noch für 20 Minuten bei 200 Grad Ober- und Unterhitze in den Ofen. Richtig schön sind es worden. Ich serviere es noch gerne mit einem kalten Tipp und euch wünsche ich viel Spaß beim Nachkochen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.